Anna-Maria Ferchichi und Bushido sind ausnahmsweise mal ohne die Kinder in Dubai unterwegs. Es gibt nämlich etwas zu feiern, den Jahrestag des Paares. Auf den Tag genau vor zwölf Jahren lernen sich der Rapper und die Achtfach-Mama kennen und lieben. Seitdem hat das Paar viele Höhen und Tiefen durchgestanden und dank der Rasselbande von acht Kindern ist ihr Alltag immer vollgepackt bis oben hin. Zeit für Zweisamkeit bleibt da selten, aber an ihrem Jahrestag nehmen Bushido und Anna-Maria sich natürlich eine romantische Auszeit. Und die verbringen sie erst bei Kaffee und Cookies im Café, danach geht es weiter zu Tiffany's. Dort darf sich Anna-Maria dann auch extravagante und kostspielige Geschenke aussuchen. Ich habe mir gerade mein Jahrestagsgeschenk ausgesucht und was mich an den richtigen Laden geschleppt ist. Wo sind wir? Tiffany's im Diamantenzimmer. Oh shit. Ja, und die Dame hat mir so nette... Erst hat mich ein Herr bedient und das hat mir irgendwie alles ließen gefallen und die sind ja auch schlau. Dann kam eine Dame, die hat mir unfassbare Armbänder umgemacht. Da habe ich gesagt, die nehme ich alle. Läuft bei dir? Läuft bei mir. Aber nach zwölf Jahren kann man das doch schon mal machen, ne? Finde ich auch. Alles, alles Gute. Danke. Zwölf Jahre wir beide. Ja. Mua. .